Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Bitte rufen Sie uns nach 13 Uhr wieder zurück. Heute sind wir bis 19 Uhr hier. Äh, nein, Entschuldigung, heute ist ja schon Freitag. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. Autohaus Meier Was soll Frau Krause anrufen? Nang Krause, können Sie gehen? Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Dann heute nur bis 18 Uhr. Danke. Nang Krause, können Sie sich nicht mehr auf 6 Monate hinführen. Wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Und wir haben noch eine Frage zu der Reparatur von Ihrem Wagen. Nummer 12 Hallo, Irene. Hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Was möchte Nina heute Abend machen? Nina, ich muss mich in der Kühne machen. Hallo Irene, hier Nina. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Kühne, ich möchte nicht in der Kühne sein. Im Metropolis gibt es einen guten Film. In der Kühne gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Du kommst mit oder musst du lernen? Kommst du mit oder musst du mit oder musst du lernen? Ich möchte einen Film sehen. Nummer 13 Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. Was soll Sarah mitbringen? Sarah, ich bin's, Christoph. Sarah, ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Der? Ich bin's, Christoph. Du, ist mein Wörterbuch vielleicht bei dir? Auf dem kleinen Schrank mit den CDs? Ab in der kleinen Schrank mit den CDs? Sanfte, ich bin's, Christoph. Bitte bring es gleich in den Kurs mit. Aber wohnen wir gleich in den Kurs mit. Und ich gebe dir heute natürlich dein Buch zurück. Bis dann. Und zwar nun, heute Abend, ich habe einen Foto für dich. Und dann chancell ich dir dann. Habe du raus über das Buch? Ah, ich bin's, Christoph. Wörterbuch vielleicht bei dir. Nummer 14 Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern, danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert und danach so um elf in die Disco Aladin. Wir treffen dich dort, okay? Wo wollen Sie hier? Wo wollen Sie sich die Frauen mit Sabine treffen? Hallo Sabine, Maria hier. Hallo Sabine, Maria hier. War total schön im Café gestern, danke nochmal. Ich gehe gleich mit Julia ins Konzert und danach so um elf in die Disco Aladin. Wir treffen dich dort, okay? Wir treffen dich dort, okay? Wir treffen dich dort, okay? Morgen habe ich bis zwölf Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Guten Tag Frau Solms, Heinze hier. Morgen habe ich bis zwölf Uhr einen Termin. Aber nach der Mittagspause habe ich Zeit. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Wann will Herr Heinze, Frau Solms treffen? Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück? Rufen Sie mich bitte bis 18 Uhr zurück. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017